Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stranded Alien Dawn und jetzt ist es soweit, wir haben wieder 22.15 Uhr im gewohnten Rhythmus, so Talas Lara und Jack Einberufung aufheben, das wird gut, Lara geht als erstes mal ernten, auch ausgezeichnet. Verrotten in Kürze, das ist okay, beschädigte Strukturen, ja, ja, ich freue mich schon hier, wenn wir das umgebaut haben, weil da oben ist ziemlich fruchtbares Land, haben wir festgestellt, ja, 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 so, Jack schlachtet, auch wunderbar, so, wir machen den hier. Oh, das ist super, endlich Energiekristalle. Apropos Energiekristalle, wir machen mal den hier. Ach, die werden eh alle laufend. Gut, 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 gut. Passt so. Talas kocht schön, Jack schläft und Lara erntet. Sehr gut, ja, das werden wir alles umbauen müssen noch. Was haben wir da für ein Regal? Das ist ein Gemüseregal, oder? Ah, rohes Essen. Ah, das passt. So, Talas transportiert, auch gut. Er geht forschen. So, da ist ja die Frage, wie viel Kohlenstoff haben wir? Zehen? Das ist nicht viel. Oh, was wir an Menge an Dünger haben. Okay. Kann man zum Beispiel diesen ganzen Dünger, den wir da haben? Tierwanderung, sehr gut, könnten wir, könnten wir, aber. Er hat noch zusammenbrot, Jack? Sag mal. Jack trinkt. So, Talas geht auch schlafen. Nein, er geht nicht schlafen. Semita steht rum. So, wir haben noch 70 Energien. Wir haben noch mehr Energie, Christa. Nein, wir haben 70. Oh doch, hier. Oh ja. Oh ja. So, pass auf, wir nehmen gleich den Jack. Jack trinkt. Wie geht's dir, Jack? Wow, komm. Hulli Kaffee. So. Schlachte nicht das Jungtier. Fertige eine Energiezelle an. So, Emeline. Was ist denn Lara eigentlich? Ach ja. Gelegenheit, ein neues Gericht. Neue Tierarten bedeuten neue Rezepte. Also, hör gut zu. Ich habe mir ein tolles neues Gericht aus Insektenfleisch einverlassen. Einfach Vollkornspaghetti krochen, bis sie halb durch sind. Und dann das Fleisch etwas lokales Wurzelgemüse. Sie sind üblicherweise recht schwer zu kauen, deshalb sollte man sie gut zerkleinern. Dann alles zusammen in einem Topf. Bis das Gericht den Grünstich verliert. Ich garantiere. Super. Ja, ich hoffe, es wird gut. Emeline, guter Einfall. Ein neues meisterhaftes Rezept. Ja, Tattoo. Nö, aber hier. Monsterspaghetti. Waren das die Monsterspaghetti? Na gut, mach mal Monsterspaghetti. So, gedruckte Komponenten. Wir können jetzt hier, keine aktive Aufgabe, wir können jetzt hier drucken. Moment, bevor wir das hier drucken. Kohlenschaften anrörechen bis 100. Grenzwert erreicht, okay. Was haben wir denn da für Sachen? Weste, Hose und T-Shirt. Okay, Weste, Hose, T-Shirt. Und bei dem hier. Und bei dem hier. Weste, Hose, T-Shirt. Passt. So, dann auf den Tischen hier. Verbinde, fette, heiße Pflanzenleder. Flüssig Treibstoff, Rauchbar. Synthetischer Stoff. Beruhigungsarmbrust. Naja, Pfraß. Flüssig Treibstoff. Erste Hilfe, Kasten. Oh. So, und der ist nur gespiegelt. Er ist das. So, da haben wir das Zeug. Bäm. Da haben wir das Zeug. Bäm. So, dann könnten wir hier. Wir könnten hier noch einen Drucker herstellen. Machen wir das mal. 3D-Drucker. Was wird hier blockieren? Ah. Okay. Moment. So, drehen. So, Lara, drehen den. Dreh den mal. So, Produktion. 3D-Drucker. Ist natürlich teuer, aber... Ist so. So, Emeline. Ich würde mich freuen. Emeline. Du machst die Supercomputer. So, und wenn Thalas fertig ist... Der ist ja ganz schnell fertig hier. Dann schickt man den auch mal auf eine Expedition. Achso, nein. Den schickt man nicht. Kochen. Minus 18. Thalas, bitte. Dann lass das kochen. Ähm... Verweiten. Aktivitäten. Thalas. Kochen. So, Thalas. Spiel mal Dart. So, Lara, nö. Lara schicken wir auf Expedition. Supercomputer haben wir. Jagdgebiet. Lara? Nö. Steirungsmodul. Ja. Aha. Was haben wir denn eigentlich an Nahrung hier? Wir haben hier drinnen... Oh ja, ganz schön viel. Wir haben hier drinnen... Läuft das Ding hier? Ja, läuft. Ja, läuft. Läuft das Ding hier? Ja, läuft. Gut. So, Thalas geht essen. Auch gut. Was haben wir? Supercomputer. CPU-Kerne. Super gemacht, Emeline. So, wir haben bei dem hier... 100 Nanoröhrchen. So, wir könnten Energiezellen drucken. Wir machen die... Bis 20... Bis 50. Genau. Dann machen wir... Drucken. Die da... Imweist 50. Nein. 20. Passt. Dann machen wir Energiezellen. Dann machen wir... Nanoröhrchen. So, und jetzt spiegeln wir... So, hier... Spiegeln... Auf da. So, kümmert sich um den 3D-Drucker. Großartig. Und es wird schon geschlachtet. Können wir da was ernten? Nö, das können wir schneiden. Das gibt Stöckchen. Das ist okay. Was hier mit denen? Da könnten wir ernten. Okay. Party, oder? Das ist doch schön. Wir schlafen. Lara ist noch unterwegs. Man spricht über sie. Uh, uh. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Gut gemacht, Lara. Ach, es schneit. Ach ja. Es ist soweit. Es hat geschneit. Was ist das? Ein Hund. Noch ein Hund. Den könnten wir uns aber echt zähmen. Aber das soll Lara machen, oder? Gedrückte Komponenten. Ja, ja, genau. Das war ja schon alles gut. Ja, Stroh. Hm. Da könnten wir uns hier... Anbau. Gras. Klingengas. Heu. Aber haben wir nicht hier ein Feld mit Heu und Heu. Ja, passt. Ja, alles gut. So, Lara geht ernten. Check, transportiert. Bitte, check. Bevor du transportierst. Ach, die drucken alle. Okay. Ja, na dann. So, dann lassen wir die drucken. Und... Wie viel haben wir denn? Elf von denen. Zwei Energiezellen. Das ist super. 28 CPU-Kerne. Check, schlachtet. Lara, transportiert. Lara? Arschtehend. Noch mal eine Laserpistole, Lara. So, und Talers forscht das auch sehr gut. Nämlich die Kohlenstoffrüstung dauert drei Tage, die Forschung. Das ist natürlich... Mh. Verworten in Kürze. Ja, ist okay. Machen wir gleich die Laserschwerter als nächstes? Nö. Oh, was die kosten. 20, 40, 30, 20. Ja, gut. Aber dafür haben wir dann... Dafür haben wir es dann. Und die? 20, 40, 30, 20. 20, 40, 30, 20. Okay, kostet dasselbe. Ist ja cool. Ja, das passt so. Spieler und Tomaten. Handelbänke. Yeah. Die R-Sets, Brandfallen, Nervenzusammenbruch, Lara. Flakkanonen. Fortgeschritten im Löwe. Ziegelrollen. Kampfdrohnen. Wäre das dann nicht eigentlich das Thema? Ist gar nicht so teuer. Ein Abwehrboot. Kampfmix. Okay. Arbitalfunkgerät. Aufzüge. Eieiei. Das brauchen wir. Wir müssen ja gerettet werden. Irgendwann mal. So, OP-Automaten, ja. Der wird mich echt interessieren. KI-Kerne brauchen wir dafür. So. Und habe ich ganz fasziniert hier. 17 davon, 26 davon. Energiezellen haben wir keine mehr. So. Da haben wir die. Die werden wir zerlegen. Ja, 5 Altmetall. Aber wenn wir die benutzen, ist die ja ohnehin gleich durch. Die werden wir zerlegen. Haben wir da irgendwas, was man nicht mehr... Die werden wir zerlegen. Da haben wir da noch irgendwas. Moment, wenn wir da runter scrollen. Nö, passt so. Das ist, das ist einfach. Das ist einfach. So, Amelene. Sehr cool. Wenn man das schneidet, was bekommen wir? Die Pflanze ist tot. Ja. Was liegt denn da eigentlich? 90 von den Nanoröhrchen, okay. Talios. So, Semente erstellt. Lara erntet irgendwo. Amelene und Jack essen. Das ist gut. So, Jack ist fertig. Eine Tachionenquelle. Jack, das ist dein Job. So, Supercomputer, Jackgebiet, mystischer Hand, Tachionenquelle. Jack, bam, yeah. So, wenn Amelene fertig ist, ist sie. Schickt man sie da gleich hier her. Reserviert, aber hier Energie zählen. Bam. Bam. Emelene. Mach das. So, Semente. Mach mal das hier. So, Defekt Windrad. Kriegen wir hin. Hm. Wird was. So, Talia schläft auch gut. Wir haben 91% von dem Kohlenstoff. Oh ja. Hm. Dann können wir endlich die synthetischen Rüstungen. Oh. Oh. Ja. Synthetische Weste. Die können wir dann endlich weggeben und können die Kohlenstoffdinger machen draus. Ja, das wird schon gut. Okay, 94. Talia, das hat nur kurz gefeucht. Geht gleich wieder schlafen. Naja. So, wie schauen wir hier an? Oh, wir haben einen enormen Energieverbrauch. Habe ich ganz vergessen. So, Moment, Lara. Mach hier mal. Genau, danke. So, Emeline geht schlafen. Lara geht schlafen. Jack ist unterwegs und Semente. Oh, Etachionenquelle. So. Ich habe ein Lerngerät gefunden. Oh, was soll ich tun. Bauen, bist du schon super. Wie wäre es mit kochen? Na ja, damit er nicht ganz... Was sind denn eigentlich seine... Oh, okay. Das war tatsächlich... Naja. Bauen fünf, okay. Haben wir hier... Moment, ist das hier Siliziumblatt? Ja. Ist das hier Siliziumblatt? Ja. 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 Du hast dir das Seichen, das ganze Siliziumblatt. So, Thales ist gleich durch. 95%. Schön. Schön. Thales, du brauchst neue Kleidung. Schauen wir mal. Na ja. Geht soweit. 99%. Gleich, gleich. Und beim Kohlenstoff. So. Verbesserte Kohlenstoffrüstung. Drei Tage. Das werden wir machen. Und ab dem Zeitpunkt... Also wir werden jetzt keine normalen Kohlenstoffdinger herstellen. Sondern wir warten, bis wir die verbesserten Kohlenstoffdinger anziehen. Sementra hat Anfertigung. Ach, reicht. Super. So, Sementra, du möchtest essen gehen, hast du gesagt. Das ist eine ausgezeichnete Idee. Solltest du. So, Krankheit der Kältung. Och. So, das dauert drei Tage. Die verbesserte. Das glaube ich nicht. Jack, besser als Thales in Dart? Ich glaube, Thales ist Rekordhalter irgendwie. Wie? Schauen wir da mal. Entschlossen überlegen. Okay, ihr müsst ein Match machen, ihr beiden. So, was haben wir da drin? Ja, passt so. Eigentlich können wir die jetzt schon rausgeben. Hier die. Wir haben da wirklich noch einiges aus Reserve. Drei Helme, drei Hosen, drei Shirts. So, 3D-Drucker. Erkältung, Sementra. Okay. Haben wir denn noch genug Antibiotika? Nö. Doch, ein paar noch. Zwölf. Das sind aber nicht extrem viele. Okay, wir müssen nur durch den Winter kommen. Oh, ey, nur durch den Winter. Das, äh... Ach, du pflanzt jetzt. Sementra ist unbewaffnet. Sementra streichelt. Oh, Sementra ist wirklich unbewaffnet. Ja, Tiere streicheln. Winnie! So, Sementra, bevor du schlafen gehst, hätte ich gern, dass du dir das hier holst. Und Sementra, bevor du schlafen gehst, nimm dir noch eine Laserlanze. So, Talersbewaffnung ist super. Das ist okay. Das ist okay. Das ist fast okay. So, Talers ist noch irgendwo. Talers. Talers streichelt Ulfen. Yeah! Oh, ihr zwei habt aber Spaß. Schön! So. Jetzt läuft es aber mit den Energiezellen. Wie viel haben wir da drin? Ja. Und da? Naja. Ja. 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 Feindselige Blicke an Talers. Also sowas. Ah, die Laserlanzen sind dann auch bald Geschichte. Was haben wir denn noch zum Düngen? Da war das auch noch zum Düngen. Früchtebusch. Na gut. Können wir auch düngen. So. Düngen. 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 Wir stehen einfach alles auf Düngen. Das können wir nicht düngen. Die können wir, die können wir schon düngen. Okay. Ja, passt so. Lungenentzündung. Da, schau an. Wartet auf Behandlung. Ja. Keiner hilft ihm. Samantha. Achso. Emmeline hilft ihm. Okay. So, Talers. Und wie ängstlich schläft. Lungenentzündung. Naja. Die beiden Laserlanzen sind fertig. So. Die beiden Laserlanzen sind fertig. Erabfall in der Raumschiff. Okay. Okay. Geht weg. Geht weg. Naja. Wobei. Oh, wie schön. Da hinten auch. Okay. Erbauten. Schon wieder. So. Eingelegtes Gemüse. Antibiotika. Nicht genug Ressourcen. Elf haben wir noch. Ja, da brauchen wir auch Getreide. Okay. Hm. Ja, es wird Zeit, dass der Frühling kommt. Der Winter hat gerade erst einmal angefangen. So. Wir sind auf 48% schon. Aggressive Tiere. Super. Na toll. Na toll. Ah, von da unten. Das ist fies. Ich hoffe, die verfangen sich nämlich nicht in den Konstrukten hier, sondern laufen durch. Okay. Was steht Emeline da so im Zimmer rum? Na mal her. So, check. Mach mal her. 119 aggressive Tierchen. Effekt-Batterie, geil. So. Moment. Lara. Okay. Lara düngt hier. Hm. Gefällt mir nicht, dass sich die immer näher dorthin bewegt. Und der Käfer sind auch relativ schnell, nämlich. Und der Käfer sind auch relativ schnell, nämlich. Wir machen die Einberufung. Wir machen die Einberufung. Emeline, hier hoch. Jack. Wir machen die Einberufung. Lara. Wir machen die Einberufung. Hier her. Talas. Einberufung. Hier her. So. Lara. Einberufung. Hier her. Los geht's. Nein. Lara. Du musst vorher noch was machen. Sonst haben wir keine Chance. So. Lara. Mach das bitte. Auch ein bisschen schneller. Ein bisschen schneller, Lara. Ich weiß. Es ist gerade gemütlich. Nö. Düngen gehst du nicht. So. Du stellst dich hier her, bitte. Oh. Oh ja. Werden wir das durchbekommen? Aber sie bleiben nicht hängen. Super. Vorerst zumindest. Nichts, wenigstens. Es geht's mir bei. Es geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Alle vier Einberufung aufheben, alle vier ist gut So, meine Lieben, das war's auch für die heutige Folge Ich bedanke mich fürs dabei sein Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge morgen 22.15 Uhr Bis dann, tschüss!